Servus zusammen und herzlich willkommen wieder zurück zu meingebiet 3 eishorn genau letztes mal haben wir hier schon die erste band gebaut und ich habe hier noch ein bisschen weiter gebaut das interessiert uns dann beim nächsten mal wieder mehr ich sehe hier schon mal so grob eine straße die dann mal hier hoch führen wird genau ja weil das soll auch befahrbar sein hier oben also natürlich nur für Personal und so aber auf jeden Fall soll es auch eine Straße hier hoch geben genau aber wenn dies die dann nächstes Mal so richtig los hier unten heute zuerst möchten wir ein bisschen hier oben bauen nämlich möchten wir den ersten Schlepplift bauen es ist die Frage wie nennen wir den eislift passt es das mal versuchen hier noch ein bisschen anzuheben ich nehme mal eislift wir können sie ja immer noch anpassen und dann nehme ich jetzt den vom amt natürlich für einer mit Gletscherstützen noch passender aber das gibt es ja leider noch nicht bis dahin mal schauen wir von unten wird es passt recht bis dahin mal schauen wir von unten wird es passt recht bis zum nächsten Sätzen möchte ich hier hat noch ein bisschen das Terrain passend Entschuldigung ähm Gipfellift äh nicht beachten das vom Silertal ähm das benötigen wir mal auch nicht ähm den machen wir natürlich selbstverständlich dann auch für dieses Gebiet so ähm so ähm gut dann sehen wir uns gleich so nun möchten wir doch beginnen mit dem Bauen der Stützen äh komischerweise ist mir jetzt gerade die Folge angehalten ähm das Problem war ja schonmal ich kenne es vielleicht noch 5 muss ich noch ein bisschen anpassen vielleicht hier vorne haben die auch Niederhalter rein gemacht weiß ich gar nicht ähm ich glaub ah ne ich glaub nicht ähm gut dann ähm wäre dieser Lift auch schon abgeschlossen ähm nächstes Mal schauen wir dann schon ein bisschen äh zu dem hier unten was hier unten passiert äh genau dort geht's nächstes Mal auf jeden Fall drum äh ich glaube auch von hier bauen wir dann noch ein Sessel ja nicht zu weit denn da hört die Map auf vielleicht nur grapid da wo wir es sind das ist aber die Frage wiederum hier können wir Pisten nach vorne machen ähm entschuldigen meine Stimme heute wieder hier kriegt man theoretisch auch Pisten hin und hier jo dann können wir den mal noch kurz grob setzen sie ist die Frage wie oft wird der ich benutzt ähm und wie sollen wir ihn nennen es soll jetzt mal was soll nicht ne nicht gradsicht ähm also das ist ja bislang grad das müssen wir sagen ähm und wie nennen wir das nun tatsächlich ähm also hier muss noch ein bisschen was frei bleiben ich nenne den Eis eiskrat eiskrat gibt es halt an Stuupunk gelätscher eis eis doch 1 lift ähm eis lift ich mach jetzt einmal noch eine 1 hin den ersetze ich nachher dann äh ohne die 1 und dieser andere eis lift mach ich zu Gipfellift genau das passt finde ich jetzt ähm die durch schon vergeben ich möchte eigentlich keine bahn doppelt bin äh benutzen denn so realistisch ist es ja nicht ähm ich kann ja mal schauen von hier unten was passt hier für eine Talstation hin ja wir nehmen die oh egal wenn wir nachher noch ändern äh genau ähm ich das mal bissl so auch hier möchte ich noch bissl anheben damit er hier so seine komisch gesagt seine Ruhe hat damit er hier so bissl eingebuchtet ist genau so mein ziel äh genau ähm äh edit row weight hüb nehmen wir den äh was was ich lösche ihn und setze jetzt einfach neu so ähm wo haben wir gesagt hier oder nehmen wir ihn hier hoch ne nehmen wir ihn hier hin ja ja ich mach mal da das können wir rundum dann immer noch anpassen das ist ganz logisch ähm 600 Meter Länge ja passt schon ähm da passen wir gleich auch noch bissl an 25 wieviel wären es da 41 machen wir 31 so ist gut ähm den mieten wir auch mal kurz damit wir den hier auch äh eingeblendet haben zum Listerium passen d Presje ein mit z see das ist die der das passt mir nicht jetzt ganz genau an fürs erste ist es ganz okay aber ich hätte gesagt das war es für diese folge dann machen wir vielleicht nächstes mal doch zuerst diese bahn und nachher geht es wie gesagt hier unten ans deutlich spannendere dann danke fürs zu sein abonniert meinen kanal wenn es euch gefällt und lasst den daumen nach oben da also noch einen schönen tag macht's gut bis zum nächsten mal und ja